TuBed und ich haben in unserem Minecraft Hardcore Projekt ja schon einige Tode gehabt, aber das hier war mit Abstand der dümmste. Egal Chat, neue Welt, neues Glück, es geht direkt weiter. Oh, ein guter Spawn. Diesmal viel besser. Ja, ja, straight up runterspringen auf die Kugelplatte. Ach stimmt, und dann die wieder rauskommen, weiß ich nicht. Dann die wieder rauskommen. Beim nächsten Mal wird es besser. Ja, jetzt wird es besser, Chat, jetzt wird es besser. Hundertprozentig. Hauptsache, der Block fällt jetzt nicht runter auf die Dings da. Aber spawnt ja nichts mehr, stimmt. Kann man da unten eine Pickaxe holen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann lass mal lieber eine Pickaxe holen. Schwierig. Ich habe Blöcke geholt zum Hochbauen. Achso, ja, okay. Ich hoffe, elf Stück reichen. Und? Ich bin tot.